Willkommen zurück Leute zu Resident Evil Revelations 2 und in der letzten Episode haben wir den Bohrmaschinen Choleriker endlich besiegt und er sieht nicht so glücklich darüber aus. Wir haben auch gar nicht mal so viel Munition verbraten dafür. Es ist alles noch im Rahmen. Warum ist hier ein Pfeil? Ich glaube das ist unter uns gemeint. Weil da war die Bohrmaschinenwand. Eieieiei. Ich bin immer noch ein bisschen durch den Wind, weil ich habe ja jetzt keine Pause danach gemacht. Deswegen geht es für mich direkt weiter. Hä? Hä? Die Etage ist es auch nicht. War das noch weiter unten? Ah, hier war es. So, mit der Bohrmaschine kommen wir jetzt da durch. Folge mir! Nebenbei holen wir mal Natalia ran, weil sie ist noch irgendwo ganz woanders. Was? Ups. Hä? Ach, sie ist noch weiter oben irgendwo. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. So, hier runter musst du kleiner. Da hat sich irgendwo aufgehängt, wie sie läuft. Mit dem Ziegelstein in der Hand. Ja. Hier sind wir richtig. Die haben wir jetzt aufgemacht, die Tür. Gucken wir nochmal rein, ob hier irgendwas blinkt. Ne. Gehen wir raus. Was? Kommen wir überhaupt raus? Ja, wir kommen raus. Sturmgewehr Munition, immer mitnehmen. Allgemein. Die Augen offen halten. Nach blitzenden und blinkenden Sachen. Den spüren wir auch wieder an Natalia. Da hätten wir was. Magnum Munition. Die hätten wir lange nicht mehr. Ja, das war auch der Ort, wo Klairs Geschichte geendet ist. Dieses Mal. Ja, da kam dann die Sequenz mit dem Helikopter. Und dann war Schluss. Ich und Moira wurden hier getrennt. Der nette Mann hat mich geholt. Der nette Mann? Von Taras Elf, der mich gerettet hat. Ob Moira es wohl zum Turm geschafft hat? Das hat sie. Komm, schauen wir, was wir finden. Der nette Mann von Taras Elf, aha. Also da, ich... Ja, nicht wundern, ich hab's gesehen. Also ich hab wirklich gesehen, dass sie da rein kriechen kann, aber gucken wir uns hier erstmal noch um. Wie gesagt, Freunde, alles mitnehmen. Wir haben den Boss zwar... Bosskampf zwar relativ... Gut, sag ich mal überstanden, aber... Oh, sorry. Wir sind immer noch nicht über den Berg. Was haben wir hier denn? Ich hab Angst... ...dass die Episode gleich irgendwie endet, wenn man hier irgendwo falsch langläuft. Okay, hier geht's auf jeden Fall rein. Das machen wir aber erst gleich. Das sieht mir zu... Ja, zu... Ich würde sagen, richtig aus. So, wenn wir gleich dieses Tor öffnen, dann passiert irgendwas. Bis hier? Kennt ihr bestimmt. So, komm mit. Krall mal da durch. Ist das irgendein Bonusraum? Wow, das geht einfach... ...berhaupt gar nicht da rein. Dann bin ich mal gespannt. Folge mir! Folge mir. Ja! So. Und wieder dieses russische Banner. Ist das die Aufseherin? Ich glaube ja, dass das die Aufseherin ist. Das sehen wir zu oft. Dieser Ort ist anders. Ja. Echt schaurig, was? Ja, was ist denn hier anders? Liebe Natalia. Ah, da oben geht's hoch. Hier auch. Das führt auch wohl zum gleichen. Stummgewehrmunition. Sehr geil. Auch gar nicht wenig. Von 24 Schuss mal eben. So, hier noch ne Kiste. So, komm. Mist. Ja, komm. Ja, sehr geil. Und... Hier so, glaub ich. Mist. Mehr in der Mitte. Yes. Was haben wir da drin? Eins Maragd. Für 1000 BP. Aha. Und was ist das denn hier Schönes? Natalia steht da an der Wand. Da oben links. Ja, da steht überall Natalia. Und hier sind irgendwelche Puppen. Aufzeichnung des klinischen Experiments. 24. Januar 2010. Die Testläufe des T-Phobos-Virus sind fast abgeschlossen. Wir haben die Mortalität des T-Virus verringert. Gleichzeitig haben wir die Bedingungen dafür geschaffen, dass das Virus ausbricht, wenn die Testperson hohem emotionalen Stress ausgesetzt wird. Außerdem haben wir die Virenresistenzrate auf unter 2% gesenkt. Alles verläuft nach Plan. Wir haben jedoch nur noch wenig Zeit. Wir sind der Perfektion nahe. Aber wir haben keinerlei Spielraum für Fehler. Warum steht hier überall Natalia? Desinfektionsmittel machen wir mal ein bisschen. Abschiedsworte an meinen lieben Vater. Du trauriger alter Mann. Du wolltest eine neue Welt erschaffen und über diese Welt als Gott herrschen. Aber trotz all deiner Ambitionen konntest du die schrecklichen Gegner des Menschen nicht besiegen. Alter und Krankheit. Du hast alles. Aber dein schwächlicher Körper hat dich verraten. Und dann hat dein eigener Sohn deinen letzten erbärmlichen Handel. Hau von Leben ausgelöscht. Wodurch du nichts weiter als einer Fußnote der Geschichte wurdest. Du hast versagt alter Mann. Aber keine Angst. Dein Traum lebt fort. Du bist gescheitert. Und so werde ich die von dir hinterlassene Macht, das unschätzbare Bissen sowie die Testpersonen dazu nutzen an deiner Stelle erfolgreich zu sein. Ich werde eine neue Welt erschaffen und über sie als Gott herrschen. Dein Vermächtnis wird lang vergessen sein. Aber meines hat gerade erst begonnen. Möge deine Seele, sollst du dir eine besessen haben, für ewig in den Qualen ziehen. Und lass dich die Hölle mit dem nicht endenden Knirschen deiner Zähne wieder halten. Eieieiei. Da ist irgendeiner durchgedreht. Hier steht weiterhin überall Natalia. Sieht ganz schön creepy hier aus. Was kommt hier jetzt? Was kommt hier? Was? Hahahaha Endlich bist du gekommen Ich wusste, dass du kommst Oh mein Gott Nächstes Mal bei Revelations 2 Moment, das ist Meuras Nein, keine Spur von ihr Oh, natürlich musste die Fabrik eine abgefacke Fabrik sein Sie war verantwortlich für das Experiment vor sechs Monaten Nein, da stehen alle unsere Namen drauf Was haben wir falsch gemacht? Wo ist Meuras? Hahahaha Wow Die nächste Episode, das Urteil, erscheint für euch morgen auf dem Kanal Weil wir hängen ein bisschen hinterher, aber ist ja kein Problem Ähm Für mich auch morgen Mal gucken, was ich dann aufnehme Aber viel wichtiger ist Wesker lebt Was? Ich bin mir ziemlich sicher In Resident Evil 5 hat man den Also in Resident Evil 1 wurde er schon quasi getötet Vom Tyrant Dann in Resident Evil 5 ist er glaube ich wieder aufgetaucht Ich bin glaube ich auch noch mal getötet Ich muss mich da noch mal ein bisschen einlesen Resident Evil 5 habe ich ja nicht so sehr gespielt Aber es gibt zwei Wesker Alex Wesker Ist das jetzt seine Schwester oder seine Frau oder seine Tochter? Keine Ahnung Wesker lebt auf jeden Fall und der hat ja auch irgendwas mit zu tun Das ist auf jeden Fall ein krasser Twist in der Story Das macht das ganze wesentlich interessanter Und Die nächste Episode Hat man ja gerade die Vorschau gesehen Die sah auch schon wieder sehr interessant aus mit irgend so einem Dieser alten Hexe oder was das da gerade war Also nicht eine klassische Hexe aber die sah halt sehr Ihr wisst schon wie ich das meine Aber keine Ahnung ich bin echt gespannt wie das hier noch weiter geht Episode 2 war das jetzt Das wird sehr interessant Ich glaube ich werde mich morgen direkt in die Aufnahme stürzen wenn das Spiel rauskommt Haken wir hier noch mal die Credits durch Dann sehen wir unsere Bewertung und können noch Skillpunkte verteilen Aha Der Ryuchi Sato Niba Farakara Nicht zu vergessen Atsuo Hasegawa Und Shigeo Kiyama Wer kennt sie nicht? Ja Wobei Lass uns die mal Ne die können wir nicht überspringen Ne Ne Können wir leider nicht Müssen wir uns doch durch Beißen jetzt Ich hätte jetzt gesagt Wir überspringen sie weil Normalerweise lass ich die ja immer laufen Aber Da das ja in Episoden unterteilt ist Würden wir da im ganzen Let's Play Fünf oder sechs Mal die Credits sehen Aber da müssen wir wohl wirklich leider durch Weil sie sind nicht überspringbar Waren ja meines Erachtens auch nicht so lang Also wenn ihr bis zu dem Zeitpunkt schon geguckt habt Dann müssten sie auch gleich vorbei sein Kaori Ushida Kaori Ushida Das ganze natürlich von den Von Tose Software Storyriders Shirogumi Inc. Alle beteiligten Firmen oder Sponsoren Ganz oben natürlich Capcom Danke fürs Spielen Gerne doch Wenn es weiterhin so spannend bleibt Dann freue ich mich da auch gerne drauf Episode 2 Contemplation Das Ende Erreicht Zu Tode erschrocken Freigeschaltet Zeitlimit und unsichtbar Modus Episode 2 So noch irgendwelche Erfolge gemacht Treffergenauigkeit 74,2% Hat ein bisschen abgenommen Habe ich mir aber auch gedacht Neuversuche einer Ist okay Zeit Eine Stunde 14 Ja Geht natürlich schneller Allerdings beim ersten Mal Ganz okay Bei den Pedaillen haben wir Irgendeine Silberne Und eine Bronzene gemacht Aber das ist mir jetzt auch egal Machen wir noch die Fertigkeiten Den Nahkampfangriff aufladen Das sollten wir mal machen Bin ich an sich ein Also von Bin ich an sich ein großer Fan von Von sowas Kommen wir halt nie so Ja mittlerweile hocken wir auch relativ oft Das wäre halt Ziemlich wichtig Ach können wir nicht nochmal Die restlichen Punkte würde ich eigentlich dann auch schon wieder sparen Oder was haben wir denn hier drüben Ne Charakterwechsel machen wir zwar mittlerweile auch öfter Aber 5 Sekunden nur Das verleitet dann mehr dazu Auf Natalia zu wechseln zum Beispiel Und dann Kommt Gegner Und dann schnell auf Barry zu wechseln Ja aber das ist gar nicht mal so blöd Das machen wir sogar Ja Das machen wir So Freunde Und dann würde ich sagen Sehen wir uns In Episode 3 Ich freue mich drauf Schalte wieder ein Bye Bye